Hallo und herzlich willkommen zur neunzehnten Folge Metro zusammen mit Let's Codey. Ich drücke W und Shift und öffne damit die ganze Zeit die Dinge, Alter. Okay, ich weiß nicht, was wir uns wieder superwischen geben, JJ. Hä, da muss ich hin. Dass man hier halt soo hart rumlaufen kann, ist so gottlos, ne. Das ist doch wohl eigentlich linear, das geht. Ich kann hier überall hin. Wo muss ich jetzt hin? Geben wir ihn trotzdem sterben. Entschuldigung, wenn die sterben. Cool. Die schlafen. Hey, er! Bis ich dir mit dessen Brille ich nicht mochte. Wie viel Geld haben wir denn noch? 172 Geld. Zu viel. Warum haben wir ihn? Ja, ein Shotgun. Ich kaufe alles, ne. Das macht einfach mehr. Oh! Oh! Ich weiß nicht, was ich hier bin. Was ist wirklich los? Ich glaube, das ganze Geld ist. Das ganze Geld ist. I'm going back, going back. Tell my man I'm going back. This is the tunnel in which I have to run. Should I just bring them all over? Look at him! I'll tell you to meet him if we don't find him. Hey, looks like this. We're going over here! Oh god, that was not so the good idea. Doch, sir. It's not so many. Oh, that's the Munitionsplan. Okay. The I think it is not so good. This is not a bad idea. There's a wall. Oh, do I need to put it there? der hält einfach so viel aus die Spannende Das war die beste Idee, die wir hatten bisher. Ich wusste, wie viel man hier looten hätte können, oder in dem Fall auch eigentlich noch könnte. Das ist nämlich wieder schon so ein fetter Raum hier. Mhm. Okay, was hältst du denn aus? Oh, das wollte ich nicht. Ich glaube, das waren jetzt auch wieder so. Brauch keiner neue Gasmoske. Wir haben immer noch Kampfmusik. Nee, ist nicht mehr, oder? Oh doch, tschüss, tschüss. Der war so gottlos, der letzte Schuss. Ja, der war jetzt echt, der war jetzt echt grenzwertig. Aber sie haben angefangen, sie haben als erstes auf dich. Das ist zumindest das, was wir den... ... ... ... ... ... Wenn du die jetzt nicht getötet hättest, hätten die ja die anderen getötet, die du getroffen hast. Das ist ne gute Frage, ne? Wir haben ja hier nach Leuten gesucht. Wenn du immer so offensichtlich die Tür aufmachst, wundert's mich echt nicht, dass du... ... 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 Ich sehe ihn da. Wer ist jetzt der Kapitalist? Wie lebst du denn noch? Wie lebst du denn noch? Oh fuck. What the fuck? Das ist ein Schottgang für normale Gegner, das ist so geil. Sobald da halt so ein Tank kommt, ne? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie seinen Kopf treffen hätte müssen oder so, aber... Okay, bin ich echt voller Mundi? Ja, manches schon. Die ist voll? Nee, aber eigentlich nicht. Okay, wir können auch so viel Zeitbeine. Wieso konntest du unten eigentlich nur auf 100 vollkaufen? Aber jetzt hast du 102? Das ist ne gute Frage. Ich hätte mich wieder auch komplett rumschleichen können. Was wir alles für Geheimnisse erfahren hätten, wenn du nicht getötet hättest. Cool, dass der da so drin liegt. Okay, hier habe ich alle, ne? Mhm, hier ist so gelootet. Ja, die Roten haben halt auch keine Chance gegen uns, ne? Nee. Die Braunen vielleicht. Aber die Roten? Gar keinen Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bringe das, glaube ich, nicht hin um. Oh, schie. Oh, schie. Oh, schie. Oh, schie. Oh. 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 ich weiß nicht ob ich jetzt von dahinten los gehen soll oder hier die tür einfach aufmachen soll ich mach einfach die tür auf let's go ok das war glaube ich die düngere idee ich mag er hätte die tür einfach auftreten müssen nicht so dieses langzimmer aufmachen wenn jetzt alles reinkommen so das wäre cool aber das machen die so Warum hab ich die nicht getroffen? Ich glaub, dass du da an dem Stahlball auf der Tür hängen geblieben bist. Kommt ihr ja plötzlich in deine Fußbahn reingeholt. Du hast ihn geblieben! Der ist zuhause. Ich entdeckte ihn an. Verküpfung. Okay, jetzt entdeckert den Stahlball. Okay. Das ist so geil, Alter. der war doch hier einer noch oder nicht wo sich hier um die ecke versteckt hat doch ach da oben war der da ist noch einer drin ich geh einfach mit der schrotze um die ecke comrades du bist der letzte mein freund stelle mal vor es wäre ein game wo die wenn du nachladest da wo du nicht leer bist einfach dann die munition komplett löschen so wie sie in real life ist meinst du ja und jetzt ein bibliotheker jetzt wissen wir was wir gegen die machen müssen ich weiß dass man die drei nicht töten kann aber hier schon hier nehmen einiges weniger aus den schuss hätte ich nehmen sollen ich kann ich da rein so dich einmal nicht bewegen die 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 dass ich da nicht reinkomme weil wir ganz viele gebrauchte haben dass Okay, jetzt komme ich mir nichts aus hier hin. Wir hatten ja schon so lange keine Munition mehr. Wieder rein. Ah, gut, kann nicht so gut. Hast du schon alle gekillt? Ich guess. Schon, ne? Komm, ich könnte schon gar nichts. Ich weiß doch, dass da oben noch einer ist, die nicht lupen kann. Ach, hier rüber. Oder auch nicht. Cool. Wir haben noch mal drei Minutenfilter gekriegt. Oh, wir haben nur noch drei? Ne, wir haben acht schon. Es sind aber drei dazu. Ach Gott, schreckt mich nicht so. Kann ich von hier aus irgendwo hin? Ne. Hier kannst du runter. Ah, ich habe mich hier durchschleichen können. Ich habe das Video immer erst danach gefunden. Ja, das ist... Hier sind wir fertig. Alter, was war das? Bleib lieber nicht hier, um es herauszufinden. Ich weiß ihn. Und er kennt dich. Pabel. Okay. Wir können nicht mehr viele Headshots machen. Das ist belastend. Zwölf Stück noch. Wenn du gut gibst. Wow. Danke, JJ. Ja? Was? Was? Ach, das waren die, äh... die, wo Gefahren genommen wurden. Ich glaube, die haben die... umrekrutiert. So schnell? Nee. Warte. Wo bist du? Hi, Lesnitzky. Alles okay hier? Natürlich. Nichts passiert immer noch in D6. Das macht dich wunderschön, warum wir auf die Garten stehen müssen. Es ist so wichtig. Okay, Position. Das ist der... Das ist der Virus. Perfekt, Lesnitzky. Now it is your turn. Pabel. We must still test this virus that we have obtained at such risk. I think you had some, äh... Associates suitable for the task? Yes, Czeslaw Andreevich, out of Venice. His bandits think I'm one of them and if we pay them... Spare me the details. I just need results. I just need to test this virus. I just need to test this virus. Yes, Comrade General. Yes, Comrade General. You killed one of us. You killed a ranger. Did you think we just let you go? We'll see about that. I have a trump card. You. That's the truth, though. Yeah. Say to again! Then you will have to handle Red Square, Pavel. It's the most critical part. And there's no one else I can trust with it. Do not let me down! Ich will nicht, Comrade-General! Interessant. Aber ich bin zu schmerzen. Wir müssen zu stoppen. Okay, JJ. Er ist schon tot. Was ist er nicht? Ah, Kherlin. Ja, er war sehr schlecht. Das ist schlecht. Ich verstehe es. Komm, folgt der Baby-Kommi das anzuhören. Oh, das ist schön. Ein weiterer Schritt in Richtung aller Erfolge. Da müssen wir einfach raus. Ja, okay. Ach, das war Leznitzki? Oh, das ist gut, dass wir ihn getötet haben. Und das ist, wo ich ihn befassen muss. Wenn wir zur Polizei gehen. Eine Kriegkonferenz ist dort enthalten. Was? Die Krieg hat bereits angefangen. Was? Das war nicht Leznitzki? Wenn er jetzt sagt, wir müssen ihn treffen bevor er... Ne, ne. Äh, warte. Was wird ihm fertig gelegen? Ach so, da geht's ein Pavel. Ja, äh, open... Da geht's ein Pavel. Ja, genau. Ich finde es schön, wenn wir einfach im Kreis wieder zurückkommen zu dem, wo wir hergekommen sind. Das hätte wir nicht gleich dahin können. Nein. Ja, die kannst du nicht alle killen. Das sind Geister. Die kannst du trotzdem nicht killen. Ghostbuster! Okay, danke, Bro. Wir haben zwar einen Filter, aber kein Problem. Ich glaube, du kannst nicht einfach die Mainstruktur. Nee. Diese Bitches. Wir haben uns erstens erstellt, unseren ersten Rangel-Aufball. Und wir werden immer noch die Stadt um uns herumkirken. Es ist ein Wetter-Aufball-Aufball-Aufball-Aufball-Aufball-Aufball-Aufball-Aufball. Alles andere sieht normalerweise. Das ist alles, als die Tod und die Todes. Allerhaut. Heute hörst du das Sonnen in der Nage, Was ist das? Ja, ein Gasmuskel. okay es ist hier sehr radioaktiv ich frage mich wieso du hast sie doch aber geiste können die doch nichts sind das geiste der hat die tür aufgesperrt hat gerade einer von hinten die tür aufgesperrt ich konnte die gerade nicht öffnen ich mag diesen roten teppich hier nicht ja wir sehen ja die geiste die ganze zeit ja wenn es mit geistes nicht sehen wird der arzt ist allerdings nicht mehr der arzt ist allerdings nicht mehr jj erklärt uns die welt oh man ich jetzt hier ins haus können oder ich gehe nicht mehr ich sehe die schäden aber ich mache viel ich mache ich habe ich habe ich habe das Wunderschön. Also, das ist, was es heißt. Musik. Ich erinnere das. Ich weiß er alles. Ah, schade. Ich hasse euch. Beasts ahead. Don't know about us. Hungry. Yeah, don't know about us. Die sehen aber schon ziemlich wissend aus. Ja. Guck mal, machst du mir echt Angst, Kleines? Hat der uns gerade gehealt? Oh, eine Tic-Tac-Packung. Wie du kommst back? Ja, der wollte uns jetzt Medi-Kick geben, aber wir haben voll... Was, I'll come back. Was will ich denn jetzt machen? Ich hasse das hier schon wieder, ne? Was ist das? Holzort 1953. So, that's what it's called. Missiles. I'll remember this. Ah, I'll remember this. Er merkt sich das. Ah. Jetzt macht's Sinn. Aber irgendwie, das sagt man so. Aber er hat wenig Ahnung von den Entschriften gehabt. Was ist denn Balls retour? Ich hab schon mal eingestellt. Na ja. Ich hab schon wieder geglaubt. Ich hab schon mal ein bisschen geholfen. Ich hab schon mal ein bisschen geholfen. Oh, was ist das? Was ist denn Balls retour? Ich habe das Gefühl, dass wir einen Boss von denen auch noch bekommen. Nee, glaube ich nicht. Wann soll der denn kommen? Jetzt oder so auf dem Weg nach Polis. Polis. War Polis nicht auch unser Ziel im ersten Teil? Oder kamen wir nicht von Polis? Ich glaube, wir kamen von Polis, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt echt an der Strahlung gestorben. Oh, ja. Dann will ich aber sagen, was ist mit der Folge? Lasst einen Like und einen Abonnenten, wenn es euch gefallen hat. Schaut euch beim nächsten Mal vorbei und tschüss. Tschüss.